Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Rückblick zum vierten Semester im Ingenieurstudium ist mal wieder fällig. Wer die ersten drei Teile noch nicht gesehen hat, vielleicht erstmal kurz zu dem Überblick. Ich studiere aktuell im Bachelor an der Universität Bayreuth den Studiengang Engineering Science mit Schwerpunkt Automotive und Mechatronik. Heute soll es wie gesagt um das vierte Semester im Ingenieurstudium gehen und die Themen in diesem Video sollen sein, einmal die Fächer, die man so im vierten Semester im Ingenieurstudium hat, dann sage ich auch generell meine persönlichen Eindrücke zu diesem Semester und sage was zu meinen persönlichen Entscheidungen für dieses Semester und abschließend fasse ich dann meine Eindrücke in einem kurzen Resümee am Ende nochmal zusammen. An dieser Stelle möchte ich euch schon mal daran erinnern, dass ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen könnt beziehungsweise wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr auch gerne Kommentare lassen. Kommen wir nun zu den Modulen, die man im vierten Semester zu bearbeiten hat. Dazu gehören die Technische Thermodynamik 2, die Thermischen Verfahrenstechniken, Mechatronik 1, die Numerische Mathematik und die Messtechnik, die Regelungstechnik und Elektrotechnik 2. In Summe sind das sieben Fächer und ein paar davon haben es ganz schön in sich. Die Technische Thermodynamik 2 knüpft inhaltlich an der Thermodynamik 1 an, die wir im dritten Semester behandelt haben und erweitert das Fach im Wesentlichen um Mehrstoff- und Mehrphasensysteme, sowie die Thermodynamik die Verbrennung. Unter Mehrphasensysteme kann man sich zum Beispiel eine Dampfturbine vorstellen. In der Dampfturbine finden wir nämlich das Wasser im gasförmigen Aggregatszustand vor, während es im weiteren Kreislauf auch unter Umständen mal flüssig vorkommen kann. Und dieser Zustandswechsel zwischen flüssig und gasförmig wird da unter anderem thematisiert. Thema bei so ziemlich allen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen ist deren mathematische Berechnung. Heutzutage werden viele dieser mathematischen Probleme mit dem Computer gelöst, doch diese Algorithmen und diese ganzen Programme müssen auch von irgendjemandem geschrieben werden. Und darum geht es in der numerischen Mathematik. In der Numerik wurden verschiedenste Algorithmen besprochen, wie man sie anwendet, wann man sie anwendet und welche Probleme sie mit sich bringen, also wann man aufpassen muss. Obwohl ich vermutet habe, dass dieses Fach eher programmierlastig ist, wurde ich hierbei ein bisschen enttäuscht. Es ging hier vor allem darum, die ganzen Algorithmen mal händisch zu berechnen, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Die tatsächliche numerische Analyse von Ingenieursproblemen am Computer ist dann Teil des Masterstudiums. Die thermische Verfahrenstechnik befasst sich mit thermischen Trennverfahren. Mehr kann ich zu diesem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wieso das so ist, das erfahrt ihr in einem späteren Teil des Videos. Wer mein Video zum ersten Semester im Ingenieursstudium gesehen hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich vor meinem Studium schon eine Ausbildung zum Mechatroniker in der Industrie gemacht habe. Dementsprechend war ich sehr interessiert daran, was mir denn das Fach Mechatronik 1 beibringen möchte, also die Grundlagen der Mechatronik. Hier wurde ich in der Hinsicht überrascht, dass viele Teile, die ich erwartet habe, überhaupt nicht vorgekommen sind. Aber was vor allem charakterisiert wurde, waren die elektrischen Antriebe, also Elektromotoren. Dabei ging es zum einen um deren mechanische Beschreibung im einfacheren Sinne, um deren Ansteuerung und um das Berechnen verschiedener Kenngrößen von Elektromotoren. Ich habe unter Mechatronik aber unter anderem auch mehr Mechanik erwartet, auch etwas Pneumatik, also Drucklufttechnik, oder auch die Steuerungstechnik. In dem Fall hätte ich das Fach eher mit elektrischen Antrieben bezeichnet, aber ich glaube, dafür gibt es auch Vorlesungen in der Master, die schon so heißen. Dementsprechend hat sich der Name Mechatronik wohl einfach angeboten. Ich wurde wie gesagt ein bisschen überrascht davon. Abschließend gab es dann noch die drei aufwendigsten Fächer des Semesters, die Messtechnik, die Regelungstechnik und Elektrotechnik 2. In der Regelungstechnik geht es um alles rund um Regelkreise. Dabei geht es um deren mathematische Beschreibung, auch die Auswertung der Stabilität und die Auswahl geeigneter Regler für verschiedene Probleme. Dann gab es die Elektrotechnik 2. Die Elektrotechnik 2 hat sich mit dem Beschreiben von elektromagnetischen Feldern beschäftigt. Dabei ging es sowohl um deren Erzeugung, als auch um deren Verhalten im Freiraum, deren Ausbreitung im Freiraum. Einen großen Teil des Moduls hat zum Beispiel die Berechnung von Antennen und deren Strahlungsverhalten in den Raum eingenommen. Zu guter Letzt gab es dann noch die Messtechnik. Die Messtechnik beschäftigt sich mit den Messen physikalischer Größen und deren Auswertung. Und speziell in der Messtechnik der Uni Beirat lag der Fokus darauf, mit welchen elektrischen Schaltungen man die Messsignale erfassen und weiterverarbeiten kann. In der Messtechnik gibt es dann noch zwei Besonderheiten, die es von den anderen Fächern abhebt. Zum einen gab es ein Praktikum, das waren vier Termine, an denen verschiedene Messschaltungen aufgebaut wurden und Messungen durchgeführt worden sind. Und dann gab es außerdem noch ein Projektstudium. Das war ein Gruppenprojekt, da war das Ziel, eine soundgesteuerte Lichtanlage zu bauen. Generell wird diese Projektübung jedes Jahr angeboten, allerdings immer mit einem anderen Thema. Und ich kann jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, sollte er Interesse an der Elektrotechnik haben. Denn da sieht man zum einen, was man theoretisch berechnet die ganze Zeit und zum anderen lernt man auch einfach andere Studenten kennen oder aber auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die an dem Lehrstuhl arbeiten. Nun geht es um meine Eindrücke zum vierten Semester im Ingenieurstudium. Bereits am Woche zwei war ich voll beschäftigt. Für jedes Fach gab es mindestens zwei Stunden Vorlesung die Woche und zwei Stunden Übung. In manchen Fächern gab es dann auch noch freiwillige Tutorien. Es gab Hausaufgaben, die man abgeben musste. Es gab Praktikas und Zusatzübungen. So kam ich ganz schnell auf 50 Stunden die Woche, mit Praktikum sogar auf 60 Stunden die Woche. Und das wurde auch im Laufe des Semesters nicht besser. Nach drei Wochen habe ich mich dann zunächst entschieden, die thermische Verfahrenstechnik ins sechste Semester zu schieben, weil ich einfach überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas hatte. Ich kam zu nichts. Und in der fünften oder sechsten Woche habe ich mich dann noch entschieden, die Regelungstechnik auch ins sechste Semester zu schieben, da sowohl die Verfahrenstechnik als auch die Regelungstechnik, zumindest laut Modulplan, keine Aufbaufächer für folgende Fächer sind. Und dementsprechend muss ich jetzt zwar sieben Semester studieren, weil ich die Bachelorarbeit vom sechsten ins siebte Semester schiebe und dementsprechend die Module, die ich jetzt im vierten nicht belegt habe, dann im sechsten nachholen kann. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, denn ich hatte auch mit fünf und sieben Fächern noch locker mehr als 40 Stunden die Woche zu tun und war auch öfters mal Samstags oder Sonntag noch beschäftigt. Nun geht es noch um meine persönliche Einstufung der einzelnen Fächer. Und wenn wir zur technischen Thermodynamik kommen, dann kann man sagen, es hat sich zur technischen Thermodynamik 1 vom Arbeitsaufwand her nicht viel getan. Ich habe ungefähr, Pi mal Daumen, eineinhalb Stunden die Woche für die Vorlesung gebraucht, ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden für die Übung. Und das war eigentlich schon alles, was ich für das Fach gemacht habe, bis zur Prüfung bzw. zur Prüfungsvorbereitung. Da kamen dann nochmal so 30, 35 Stunden vielleicht dazu. Und ich fand, das Fach war im Großen und Ganzen mit einem normalen Arbeitsaufwand ganz gut machbar. In der Numerik und der Mechatronik habe ich jeweils gerade das Nötigste gemacht. Während ich in der Numerik ungefähr 90 Minuten in der Woche für die Vorlesung verbracht habe, habe ich ungefähr zwei Stunden mit der Übung verbracht. In der Mechatronik war das ganz ähnlich, auch wenn hier die Übung nicht ganz so viel Zeit eingenommen hat. Für beide Fächer habe ich aber dann kurz vor den Prüfungen nochmal eine Power-Learning-Phase eingeleitet, sodass ich dann doch ganz gut durch die Fächer durchgekommen bin. Im Großen und Ganzen würde ich dann sagen, dass Numerik eher zu den einfachen Ingenieursklausuren gehört und die Mechatronik sich so im Mittelfeld bewegt. So richtig zeitaufwendig und auch der Grund, wieso ich dann auch zwei Fächer schieben musste, waren die Messtechnik und die Elektrotechnik 2. Bei beiden gab es Tutorien, bei denen es sehr sinnvoll ist, sie zu belegen, weil sie einfach nochmal wichtige Inhalte vermitteln und auch Hausaufgaben, die man jede Woche abgeben sollte. Ohne jetzt genau aufzuzählen, woher die ganze Arbeitszeit kam, kann ich sagen, dass ich für Messtechnik circa acht Stunden pro Woche jeweils investiert habe, für die Elektrotechnik 2 oft zehn Stunden und mehr. Die Messtechnik fand ich dabei eigentlich immer etwas leichter, da es einfach sehr nah an der Elektrotechnik 1 dran ist und ich da schon sehr viel Zeit reingesteckt habe. Trotzdem war ein gewisser mathematischer Anspruch da und es gibt extrem viele Inhalte, die man im Semester lernen muss und die Klausur jetzt auch nicht gerade ohne, sodass es einfach notwendig war, die ganze Zeit zu investieren. Die Elektrotechnik 2 war aber die Krönung des Semesters. In noch keinem Fach im Studium habe ich mir während des Semesters gedacht, oh mein Gott, wie soll ich hier jemals die Prüfung bestehen? Ich habe so viel gemacht wie für kein anderes Fach, aber der sehr hohe mathematische Anspruch und auch einfach der riesige Inhalt, der in diesem Fach besprochen wird in dieser Zeit, ist einfach unglaublich schwer unterm Semester aufzuarbeiten. In meinen Augen ist die Elektrotechnik 2 das schwerste Fach, das mir jetzt im Bachelor von Engineering Science Schwerpunkt Automotive Mechatronik begegnet ist und nachdem das fünfte Semester auch schon so ziemlich durch ist, hat sich meine Meinung nicht geändert. Also bisher kam nichts an die Elektrotechnik 2 ran und solltet ihr die auch noch vor euch haben, empfehle ich euch einfach wirklich jede Woche viel Zeit rein zu investieren und ich habe dann nochmal so ungefähr 60 Stunden mit Prüfungsvorbereitung verbracht, vielleicht auch ein bisschen mehr und so bin ich dann im Endeffekt dann auch ganz gut durch die Prüfung gekommen eigentlich. Ich habe gerade eben auch noch einen Stapel Altklausuren entdeckt, das sind teilweise Angaben, größtenteils eigene Rechnungen, das sind schätzungsweise knapp 800 Seiten, das meiste ist auch beschriebenes Druckerpapier und nun mal so zum Verhältnis, in diesem Stapel müsste sich die numerische Mathematik und die Messtechnik befinden und in diesem Stapel, der noch mehr als 500 Seiten hat, also alles Klausuren, die ich gerechnet habe, befindet sich ganz alleine Elektrotechnik 2. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber der Elektrotechnik 2 Stapel ist größer als die Messtechnik und die numerische Mathematik zusammen. Wenn ich jetzt so zurück ans vierte Semester denke, kann ich euch sagen, ich werde es auf keinen Fall vermissen. Es war das mit Abstand stressigste Semester und das fünfte Semester ist hierbei schon eingeschlossen und das sage ich, obwohl ich noch fünf der im Modulhandbuch vorgeschriebene sieben Semester tatsächlich belegt habe. An dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal sagen, dass ich an dieser Stelle den Studienplan, also der Plan, in dem steht, was ich in welchem Semester zu erledigen habe, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn mit der Workload, die man im vierten Semester hat, kann man weder nachhaltig lernen, noch ist es in irgendeiner Weise gesund für die Psyche. Ich selbst bin jedenfalls sehr froh, dass ich mich dazu entschieden habe, zwei Fächer weniger zu machen dieses Semester, denn sonst bin ich mir nicht sicher, ob ich das Semester so durchgehalten hätte und die Prüfungen mit den Noten bestanden hätte, wie ich sie jetzt tatsächlich bestanden habe. Neben dem ganzen Stress, den es jetzt in diesem Semester gab, muss ich allerdings auch sagen, ich habe in diesem Semester bisher so viel gelernt, wie in keinem Semester davor. Ich habe auch gelernt, einfach mit meiner Zeit noch mal besser umzugehen und noch mal als Lichtblick für alle, die Engineering Science studieren und das vierte Semester noch vor sich haben. Das fünfte Semester wird entspannter und das, obwohl man Siebfächer hat. Denn da keine Hammer mehr, wie die Messtechnik oder Elektrotechnik 2 dabei sind, wird es einfach automatisch besser, auch wenn man mehr Fächer macht. So, das war es mit meinen Gedanken zum vierten Semester. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.